Seiten, die die Welt nicht braucht. Herzlich willkommen zurück in die neue Folge die Seiten, die die Welt nicht braucht. Nach einer Monatspause habe ich mich entschieden, wieder eine neue Folge zu drehen. Ja, das Internet ist ein Universum voller Überraschung. An dieser Stelle ein besonderer Gruß, ein besonderer Follower. Hallo Miri. Und jetzt seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ja, geht sofort los mit der neuen Seite. Die Seite heute heißt zumquilt.org. Seid ihr bereit? Schaut ihr das an. Die Seite ist wirklich, finde ich, nutzlos. Aber was passiert hier? Ich gucke mir das an. Ein Bild, das immer größer wird. Ich schaue mir den Horizont. Und noch ein Bild, das wird immer größer. Ja, ich muss sagen, diese Seite ist auf jeden Fall nutzlos. Aber auch sehr faszinierend. Ich könnte hier diese Seite stundenlang anschauen. Das ist echt unglaublich. Ich kann wirklich nicht aufhören, diese Seite zu schauen. Oh oh, wir haben jetzt ein Problem. Ich kann nicht aufhören. Ich gucke mal weiter, weiter, weiter. Und wieder neues Bild. Ja. Wenn ihr weiter, ähm, diese Seite gucken möchtet, ihr lasst den Link auf die Beschreibung. Äh, die Seite ist wirklich, äh, äh. Ja, danke, dass ihr uns zugeschaut habt. Wir sehen uns nächstes Mal mit einer neuen Folge, die Seite, die ihr braucht. Und vergiss nicht, das Internet ist ein Universum voller Überraschung.